Also liebe Familie Sobotka, es freut mich, dass Sie wieder mal nach Walthoven gekommen sind. Und die Walthoven wissen das ja nicht. Sobotka ist ein großer Name in Walthoven, aber es gibt auch den Bruder von unserem alten Professor Sobotka. Genau, das ist mein Vater. Und dieser Vater hat für meinen Vater immer die Logos und die Sachen. Ja, 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 Günther Sobotka. Genau, Günther Sobotka. Dieses Bild ist ganz ganz alt, 1955 schätze ich. Oder 54. Ja, 54. Das ist gemalt worden, ist heute immer noch hier am Platz. Wir müssen jetzt mal ein bisschen nachdenken, mal ein bisschen bunter. Aber die Sonne natürlich im Absatz. Das Original habe ich oben, das ist so ein Zeichen davon. Aber es wird in Erntgehalt, genauso wie oben der Schild. Genau. Der Schild ist aus Brecht, wurde in Holmstein von einem Schlosser oder einem Spiel erzeugt. Aber die Figur war alles über sowas. Ja, das war ausbrechen. Ja, das war ausbrechen. Ja, ja. Ja, wir haben viele Bilder. Ah, so. Ja, ja, wir haben viele Bilder. Das Fotoalbum aus Weithofnig, der hat dann gezeichnet, wie ich in der Sandkiste gespielt habe. Und dann hat der Brieferl, das zu meiner Mutter immer gekommen ist. Ja, vielleicht können wir das noch ein bisschen im Austaus. Ja, beim nächsten Mal. Ja. Das ist nett. Das ist nett. Ganz schön. Ja. Kommen Sie wieder mal an der Karte. Gerne. Sehr gerne. Wir sind immer sehr gerne bei uns. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie gern. Alles Gute. Alles Gute. Und ein gutes Neusjahr. Ja. Alles Gute. Ja. 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 Vielen Dank.